Hallo liebe Sternenfreunde, im Oktober wird Liebesgöttin Venus rückläufig und das im Zeichen des leidenschaftlichen Skorpions. In der Liebe wie beim Geld geht es dann um alles oder nichts. Worauf wir achten müssen und auf wen wir uns verlassen können, das und mehr erfahrt ihr in meinen Horoskop-Videos für den Oktober. In meiner Verlosung gibt es diesmal eine Beratung zu gewinnen. Ich freue mich über euren Besuch auf meinem YouTube-Kanal.